Herzlich willkommen im virtuellen Kartenforum 2.0 der SLUB Dresden. Hier stehen Ihnen über 5600 Geo-referenzierte Karten zur Verfügung, die Sie durch Suchen und aus verschiedenen Perspektiven betrachten können. Ich möchte Ihnen nun die wichtigsten Funktionen vorstellen. Im virtuellen Kartenforum ist es jetzt möglich, einen Suchzeitraum über den Zeitschieber einzuschränken. Möchten Sie zusätzlich nur bestimmte Kartenarten angezeigt bekommen, nutzen Sie den Filter links, um das Suchergebnis einzuschränken. Auch ein Wechsel in die 3D-Ansicht ist möglich. Nutzen Sie dazu den 3D-Button rechts oben, zu beachten ist, dass dabei eine neue Suche ausgelöst wird. Wir suchen nun nach einer Karte zum Königstein. Scrollen Sie in der Kartenansicht in das betreffende Gebiet, werden am linken Bildrand alle georeferenzierten Karten zum Königstein angezeigt. In die 3D-Ansicht gelangen Sie jetzt über den 3D-Button in der linken Navigationsleiste. Durch gleichzeitiges Drücken von STRG und linker Maustaste können Sie die Karte aus verschiedensten Perspektiven betrachten. Möchten Sie mehrere Karten miteinander vergleichen, wählen Sie aus dem linken Menü weitere Karten aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. mit dem Schiebeschalter rechts verändern Sie die 3D-Ansicht. die Transparenz der Karten und können Sie ein- und ausblenden. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem virtuellen Kartenforum 2.0.